Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, ja willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Heute habe ich ein neues Bundesliga-Quiz für euch und zwar 12 spannende Bundesliga-Fragen, wo ihr entweder mit richtig oder falsch antworten müsst. Und wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. Dann viel Spaß mit dem Bundesliga-Quiz. Kommen wir auch gleich zur ersten Bundesliga-Frage. Ja, Matthias Stell wechselte 2022 vom PSG zu Bayern München. Richtig oder falsch? Falsch, er wechselte von Starterrennen zum FC Bayern. Zur nächsten Fußball-Frage. Ja, Skiri, letzte Saison noch bei Köln, legte letzte Saison die meisten Kilometer zurück aller Bundesliga-Spieler. Richtig oder falsch? Richtig, insgesamt lief er 393 Kilometer. Nicht schlecht. Zur nächsten Frage. Ja, richtig oder falsch? Der älteste Bundesliga-Torschütze ist Mirko Votava von Werder Bremen. Das war falsch. Claudio Pizarro ist der älteste Torschütze in der Bundesliga. So, welche Frage haben wir? Ja, Ousmane Dembélé ist bis heute der teuerste Transfer der Bundesliga. Richtig oder falsch? Richtig, er wechselte 2017-18 für 135 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona. Zur nächsten Fußball-Quizfrage. Ja, Dieter Müller, 1. FC Köln, schoss als einzigster Bundesliga-Spieler sechs Tore in einem Spiel. Richtig oder falsch? Die Antwort ist richtig. Sehr gut. So, zur nächsten Fußball-Frage. Richtig oder falsch? Borussia Dortmund ist neunfacher Bundesligameister. Die Antwort war falsch. Zurzeit ist Dortmund achtfacher Bundesligameister. Zur nächsten Fußball-Quizfrage. Ja, die erste Bundesliga-Saison startete 1963-64. Richtig oder falsch? Die Antwort ist richtig. Sehr gut. So, welche Fußball-Frage haben wir jetzt? Richtig oder falsch? Der VfL Wolfsburg spielt seit 14 Jahren am Stück in der ersten Liga. Richtig oder falsch? Die Antwort ist falsch. Wolfsburg spielt seit 27 Jahren in der Bundesliga. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Ja, richtig oder falsch? Den jüngsten Kader im Durchschnitt 2023-24 hat Heidenheim. Die Antwort ist richtig. Mit 25,5 Jahren im Durchschnitt. So, zur nächsten Bundesliga-Frage. Ja! Karl-Heinz Korbel hat die meisten Bundesliga-Spiele. Richtig oder falsch? Die Antwort ist richtig. Mit 602 Bundesliga-Spielen. Alle für Eintracht Frankfurt. So, welche Frage haben wir jetzt? Der gesamte Kaderwert aller Vereine 23-24 beträgt 5,98 Milliarden Euro. Richtig oder falsch? Die Antwort ist falsch. Insgesamt haben wir 3,98 Milliarden. So, zur nächsten Quizfrage. Ja, Kevin De Bruyne. Wurde er Fußballer des Jahres 2015 in Deutschland? Richtig oder falsch? Die Antwort ist richtig. Super gemacht. Ja, liebe Fußball-Quiz-Freunde, wie viel hattet ihr richtig? Schreibt es in die Kommentare. Teilt das Video auch bei WhatsApp sehr gerne. Und danke für Ihr Abo und danke für Ihr Like. Verpasst auch mein letztes Fußball-Quiz-Video nicht auf Werners Fußballecke. Viel Spaß noch!